Das ist natürlich das alte Jahr vorüber, das neue Jahr ist hier. Dementsprechend hätten wir gleich Programmpunkt Nummer 1. Max, kannst du dich noch erinnern, in einer unserer letzten Folgen haben wir uns, in einer unserer letzten Streams, haben wir uns Kalender bestellt. Oh, stimmt. Ja, wir haben uns Kalender bestellt, beziehungsweise, weil er auch, damit ihr nächstes Jahr ein paar gute Weihnachtstipps habt, ihr müsst ja bedenken, ein Kalender kann ja auch ein schönes Weihnachtsgeschenk sein, wenn es ein schöner Kalender ist. Alle Kalender, die wir bestellt haben, sind angekommen, plus ein extra kleines Geschenk, was ich sehr witzig fand. Also, ich habe die alle hier. Ich habe die alle hier. Das sind jetzt vier Kalender und ein kleines Sonderdingens. Wie gesagt, sehe ich auch für ein schönes Weihnachtsgeschenk. Also, nehmt es als Kalender Weihnachtsgeschenk Sondersache. Ich bin von Zweien sehr begeistert, von Zweien sehr enttäuscht. Bist du bereit für Nummer 1? Also, ich würde sagen, wir fangen natürlich an mit denen, die am enttäuschendsten sind. Oh, fangen wir mit dem enttäuschendsten an. Ladies and gentlemen... Und dann gehen wir zu den interessantesten. Okay. Ich mache mir mal kurz auf Großbild. Ladies and gentlemen, ich präsentiere euch voller Vorfreude meinen anfänglichen Favoriten des Ganzen. Ich muss kurz noch hier Licht einschalten, damit man es auch nochmal ganz genau sieht. Das ist wie jetzt bei Bares Ferrar. Also, es muss so richtig ganz speziell aufgebaut werden, damit man es sieht. Also, ich fange schon mal an mit 80 Euro. Ja, ne. Da ist auch immer so ein Protest, wo der ganze Shit draufgestellt wird. Und das machen wir jetzt auch sozusagen. Ladies and gentlemen, ich präsentiere euch den Kim Jong Un Kalender 2024. 2020, das war auf ersten Blick mein absoluter Favorite. Und ich bin mehr als enttäuscht. Okay. Was ich erwartet hätte. Warum das? Was ich erwartet hätte, wäre so ein Kalender, wo dann auch so schöne Facts draufstehen. Wusstet ihr, dass Kim Jong Un's Vater das Fernsehen und das Radio erfunden hat? Irgendwie 15. November, der Geburtstag unseres Gottvaters Kim Il Sung oder sowas. des Großvaters unseres großen Führers? Nein. Es ist leider kein... Wusstet ihr, am 28.03. geht die Sonne auf? Ja. Ja, zum Beispiel sowas. Ja, genau. So, die Geburtstagsfeierlichkeiten im Juli unseres großen Führers beginnen heute im Januar. Sechs Monate vorher beginnt dann die Freudenzeit und da so ein Bullshit. Ne, es ist leider einfach nur ein ganz normaler Planer-Kalender. So ein ganz normaler Kalender, wo man halt vorne einfach das Bild von Kim Jong Un drauf gemacht hat. Finde ich als Scherz sehr witzig. Ich bin allerdings wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte wirklich... Ängste an die Wand hinten. Also, das werde ich wirklich versuchen, mir das hier irgendwo hinten an die Wand zu plastern. Ähm, wo man sieht... Das Bild reicht. Ja, das einzige Ding, was ich mir halt noch denke, ist... Ich finde es als Sketch sehr witzig, weil du könntest... Wie geil muss das sein, so... Ja, warte, ich schreibe es in meinen Kalender. Ich schreibe es in meinen Kalender. Du holst den Kalender raus und dann so, was ist das? Das ist mein Notizkalender. Stell dir vor, es würde jedes Mal, ähm... Und wenn du es aufklappst, dann diesen Song abspielen, diesen chinesischen da. Oh Gott. Nee, was ich... Das Ganze, was ich noch witziger finde, ist... Das Ganze ist printed in Poland. Ähm... Okay. Und ich hätte... Also, ich hätte jetzt wirklich erwartet, dass du, wenn du so ein Ding kaufst, insgeheim das Regime Nordkorea unterstützt. Hey, ganz ehrlich, ich wäre da grundsätzlich voll dabei gewesen. Wie so... Wäre eigentlich schon funny, ja. Das Ding hat... Äh, ich muss immer noch mal... Ich glaube, das hat 5 Euro gekostet. So, als würdest du dir so einen Ziegelstein von Supreme kaufen oder so. Ja, genau. So, die Idee ist halt einfach dumm, aber du unterstützt die Firma immer noch. Oder in diesem Fall da halt dann Nordkorea. Du unterstützt die Firma Nordkorea. Die Firma Nordkorea hat ihre Jahresbilanz vorgelegt. Die Firma dankt. Man hat 23 Milliarden Gewinn gemacht. Oh Gott, wäre das geil, wenn Nordkorea... Und der Rest ist alles, äh, unter Verschlussnissen. Äh, na, der Rest ist alles, die haben nur Gewinne. Die machen nur Gewinne. Ähm... Ach so, ja. Ja, genau, dass die gar keine Verluste machen, ja. Wir haben 23 Milliarden Gewinne gemacht. Ja, wenn ihr gar keine Verluste gemacht habt, sind das dann nicht Umsatz? Nein. Gewinne. Gewinne. Wir sind nur Gewinner in diesem Land. In dieser Firma, Entschuldigung. In dieser Firma, genau. Deutschland ist ja auch kein Staat. Ich bin, ähm, also, jetzt muss ich sagen, ähm, das Preis-Leistungs-Verhältnis tut da krachen weh, weil 13,13 Euro für dieses Kalenderli, ähm, ich mach's gern, weil ich dumm bin, ähm, aber ich muss sagen, ja. Da kannst du auch gleich einen normalen Kalender irgendwo in einem Rewe kaufen und einfach dann so ein Bild von Kim Jong-un ausdrucken bei dir zu Hause mit deinem Druckergeld und dann... Ja, können wir machen. Das hat den selben Effekt. Es gibt eine einzige Rezession und da schreibt einer, beware, not an actual calendar. Very disappointed to find that this is actually an A4 Notebook. The cover is the picture shown and inside such generic pages of days of the year. I was expecting a 12-picture hangable Kalender. This was a gift for someone and now I don't feel I can give it. Weißt du, was wir machen? Wir erstellen den Kalender. Wir machen jetzt so Bilder von so Modeln oder sowas und packen überall einfach das Bild von Kim Jong-un drauf. Ey, lass doch wirklich mal, lass wirklich ein nächstes... Wir müssen sowas machen. Das schreibe ich jetzt auf die Ideentafel. Ich schreibe da auf die Ideentafel. Kim Jong-un Kalender. So Bilder von so Strandmodeln oder sowas und dann ist das Bild von Kim Jong-un drauf. Und darunter ist die Aussage so viel wie, ja, hier farblich angepasstes Bild von unserem Führer, wie er sich gerade in Amerika ausruht am Strand. Wusstet ihr, dass unser großer Führer ein Zeitreisen ist? Hier ist dein Bild von ihm, wie er 1945 den zweiten Weltkrieg beendet, in dem er Hitler tötet. Ganz wichtig, ich hatte ehrlich gesagt mal zwei Ideen, die ich endlich mal umsetzen möchte dieses Jahr. Das eine ist, wie gesagt, der Kim Jong-un Kalender und das zweite ist der Deutschkurs. Sprich, wo du zum Beispiel lernst, die wichtigen Dinge, wie man richtig flucht auf Deutsch beziehungsweise wie man richtig einen Döner bestellt. Das sind so die Richtlinien. Samama laikum. Ja, genau. Samama. Das war der Deutschkurs und das zweite ist der Kim Jong-un Kalender. Schreib irgendwas mit Selfmade dazu, damit wir es nicht vergessen. Das ist ja Selfmade? Warum? Ja, damit wir nicht vergessen, dass es nicht nur um den Kalender geht, sondern einen selbst gemacht. Achso, jetzt dann. Achso, ich hab gemeint, da sagst du ja, wenn man da Selfmade draufschreibt, dann sind das ja Unternehmensziele und dann kann man es ja nicht vergessen. Achso, genau, ja. Selfmade. Ich könnte auch theoretisch... Und es klingt cooler, als würde man sagen, selbst gemacht. Ich bin ein Selbstmade. Es klingt anglizistischer. Ich bin ein Selfmade-Diktator oder sowas. So. Dick. Diktator. So, kommen wir zum zweitenttäuschendsten Kalender. Den fand ich ganz interessant. Da steht drauf, Roaring Twenties, Tossing Pennies in the Pool. 2024. Roaring Twenties. Ähm, ich dachte mir, oh schön, ein schöner Kalender, der so wie 20 Jahre wirkt. Und es ist, es ist ein Hänger-Kalender, aber es ist ein Kalender voll mit Kalenderspringen. Oh. We could leave the Christmas lights up still January and this is our place, we make the rules. Das sind einfach nur lauter, komplett durcheinander Zitate. Februar. You belong with me, kiss. You're my, my, my lover. Also, das hat scheinbar irgendeinen, hier, März. März ist, and now I see daylight, I only see daylight. Also, das ist wirklich, das war wahrscheinlich irgend so ein BWL-Justus oder so ein Grafiker-Justus in fünf Minuten irgendwie hingeranzt. Ja. Ähm, April. April. Because I see sparks fly whenever you smile. Drop everything now, meet me, meet me in the pawning rain. Das Schöne ist, dass sie meet mit M-E-A-T geschrieben haben. M-E-A-T, wie das Fleisch. Oh, Fleisch. Kiss me on the cyborg, take away the pain. Was ist das für ein Song? Die haben einfach eine Songzitate in so ein Shit genommen. Oh Gott. Warum stehe ich da nicht mal dabei von woher das ist? Das ist das, das enttäuschend. Von wegen, wenn sich jetzt jemand denkt, oh, das klingt jetzt schön, dann kann man nicht mal nachschauen, woher das kommt, ohne erstmal den Texting-Morgen. Also das, das würde ich vielleicht noch rausfinden. Ähm, das würde ich echt noch rausfinden, wo das, und was ich nicht verstehe, ist, warum hier Juli, Juli ist Hochsommer. Da sind hier wirklich so Bäume drauf und so ein Hängesessel, das wirkt eher wie Herbst oder Winter, ich hab keine Ahnung. Ui, den Legenbändern. Please picture me in the trees. I hit my peak at seven feet in the during over the creek. I was too scared to jump in. Das ist, bedeutet das, das weiß ich immer, der hängt? Klingt danach. Boah, das wäre so witzig. Also wenn da jetzt irgendwo so ein Suicide-Song mit drin ist. So, und was ich nicht verstehe, ist, hier hast du September. So, jetzt hätte die Person wenigstens normal denken können und hätte Summer has come and wake me up when September ends. Aufschreiben können. Nein, was macht die Person? September saw a month of tears and thanking God that you weren't here to see me like this. Do you remember? Repaid the way my blue eyes shined, but fake Georgia's stars to shame that night. Ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist, das ist so absurd random. Okay, Oktober haben sie wenigstens mal richtig getroffen. Oktober ist Halloween, ne? Das ist, aber was macht das Handy drauf? Auf dem Handy seht, I'm sorry, but the old tailor can't come to the phone right now. Why? Oh, cause she's... She's... Was schieß? ...a wet. She's so wet. Also dad's wet. Da sind sogar Rechtsreifehler drin. Warte, sweat heißt die? She's so... Das soll sein so, so, statt dad, O-E-A-D. Er hat sich mal verschrieben, vertippt, seitdem er in 5 Minuten gemacht. They're burning all the witches, even if you aren't one. The witches mit W-I-Y-C-H-E-S. Weißt du was, dieser Kalender ist jetzt schlimmer, würde ich sogar behaupten. Dieser Kalender ist schlimmer wie der Kim... Dieser Kalender ist schlimmer wie der Kimi-Unkalender, weil in Kimi-Unkalender kannst du wenigstens was anfangen. Aber ich... Mhm. Ich glaube, ich muss den wirklich mal durchgehen. Also theoretisch kann man mit dem auch was anfangen, aber es ist halt so... Man merkt, dass es so low quality ist. Weißt du, was ich meine? So, keine 2 Sekunden drüber geschaut. Gott. Und was ich nicht verstehe ist, hier zum Beispiel, was ich nicht verstehe, der Dezember. Der Dezember. Ne? Da ist aus irgendwelchen Gründen der 13. Dezember mit einer Frau, mit einer blonden Frau markiert. Ich verstehe es nicht. Hä? Also was ist das? Was ist das? Also das ist ja mal... Hä? Also ich meine gut, ich muss bedenken... Warte kurz, warte kurz. Google, ich frage jetzt mal Google, was ist am 13. Dezember? Warte kurz. Also eindeutig, äh, also das ist... Also ich bin da... Ähm, mal gucken, wie viel ich dafür bezahlt habe. Also da finde ich ja den Kim Jong-Ung-Kalender noch besser. Ähm, wurde am 30. zugestellt. Auch wirklich gerade noch so zugestellt, dass am 31. Und ich habe wenigstens noch einen Monat Zeit, das zurückzugeben. Aber ich habe gezahlt für den Roaring Twenties-Kalender 7,99. Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich besser. Ähm, aber ich habe 2,99 Lieferungen bezahlt, also wird es jetzt auch nicht gerade besser. Also ich muss sagen, ja gut. Ähm, gut. Das sind jetzt so die negativen Seiten. Die negativen Seiten, was ihr haben könnt, äh, auf Platz 4 ganz klar, der Roaring Twenties. Also ich werde da wirklich, äh, ich glaube, ich werde den wirklich noch ein bisschen überarbeiten. Ähm, und auf Platz 3 der Kim Jong-Un-Kalender. Ähm, wie gesagt... Applaus für Kim Jong-Un. Applaus für unseren großen Leader. Digitalen Applaus. Digitalen Applaus. Ich bin absolut dafür, dass wir, ähm, dass wir nächste Jahr unsere eigene Kalender erstellen. Wie gesagt, Kim Jong-Un-Kalender. Ja. Wusstet ihr, dass, äh, Nordkorea 2017 Weltmeister gewonnen ist? Oder sowas? Äh, wäre ich voll dabei. Wusstet ihr, dass, dass, äh, Kim Jong-Un, äh, im Jahre 1731, äh, die Pest überwunden hat? Äh, die Pest besiegt hat? Mit seinen bloßen Fäusten. Also mit seinen bloßen Fäusten. Einfach irgendeine Zahl sagen und irgendwas und dann passt es schon. Äh, darauf würde ich mal sagen, ein lautstarkes... Yippie! Ich hab noch so viel von dem Scheiß. Wir, 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 wir brauchen... Warte kurz, wir brauchen an unserem Soundboard noch dieses, äh, dieses Autism-Creature-Ding. Die ist... Yippie! Yippie! Ja, genau. Kennst du das? Ja, das ist dieses, ähm... Das deutsche Kind da mit dem Coca-Cola. Oh, nee, das kenn ich nicht, nee, das kenn ich nicht. Ist das Origin... Ah, warte, warte, warte. Oh, okay, warte kurz, wir gehen erst die Kalender durch. Ja, wir gehen erst die Kalender durch. Aber, also, wir kommen jetzt aber nochmal zu den beiden besten Kalender. Also, auf Platz zwei, ne, weil der erste Platz ist sowieso schon klar. Auf Platz zwei hab ich hier, ähm, einen Kalender, der mir gezeigt wurde und der erfüllt einfach genau das, was er verspricht. Er erfüllt das, was er machen will, aber er, er macht auch nicht mehr, geht, geht noch ein bisschen die extra mal in dem, dass er sagt, woher das Ganze ist. Ich präsentiere dir den Ugly Medieval Cats Kalender 2024. Und dieser Kalender ist wirklich genau das, was er verspricht. Ähm, dieser Kalender bringt dir jeden Monat ein Bild einer hässlichen, mittelalterlichen Katze und schreibt dir sogar in, hier ein bisschen Umverteil auf der Schrift zu weiß, auf weiß, dass so die Katze für Januar, der Maast aus dem Maastricht, Maastricht aus, ähm, aus dem vierzehnten Jahrhundert ist. Und das geht noch sehr schön weiter. Warte kurz, du hast gesagt, das ist weiß auf weiß geschrieben? Ja, nee, hier ist es so, so gräulich auf weiß, man erkennt es so schlecht. Ah, okay. In Englisch, aber ich muss sagen, ganz ehrlich, wer sich den Ugly Medieval Cats Kalender holt, wird wahrscheinlich schon Englisch können. Es gibt ein paar sehr schöne Katzen, ähm, also ich muss sagen, ich bin da sehr, ich bin da sehr zufrieden. Also es sind schon ein paar wirklich hässliche Katzen mit drin. Ähm, mein Favorite, mein Favorite würde ich sagen, habe ich gefunden, ist der, ist ganz klar der November, nein, der Dezember ist mein Favorite, ähm, ähm, aus dem, aus Deutschland sogar, äh, aus dem Scheibler Amorial, äh, ungefähr 1450 bis 1480. haben wir, ich nenne sie mal die Koenigskatze, die Koenigskatze, äh, ich finde es schön, wie sie sogar noch die, die, den, den Mund, äh, die Zunge rausstreckt. Finde ich sehr schön funny. Das ist wunderschön. Ja, genau. Äh, äh, so big, so fette Klöten haben noch gefehlt, das wäre es noch gewesen. Also, dieser Kalender verspricht das, äh, gibt dir das, was er verspricht. Also, wenn jemand wirklich so einen dummen Humor hat wie ich, dann findet er das witzig, wie wir, ähm, den geben wir auf jeden Fall nicht mehr her. Ich möchte kurz noch zur Preis-Leistung etwas sagen, ähm, der, muss ich auch sagen, früher dran als erwartet, der hätte erst, ähm, bis zum 9. 3. Januar kommen sollen, nein, am 30. kam er an und ich habe gezahlt für diesen schönen Kalender, ähm, 6,99 Euro, also Preis-Leistungs-mäßig, also wirklich am besten bisher, so. Über den Noten, genau. Also, ja, genau. Ähm, muss man wirklich sagen, bin ich, bin ich sehr dabei, also, wie gesagt, für Prime-Mitglieder kostenlos 6,99 Euro, kannst du nichts falsch machen. Also, der eindeutige Platz 2. Kommen wir, ähm, aber weiter eindeutig zu meinem Platz 1. Ich würde sagen, wir hängen den nochmal irgendwo da so hin. Ne, äh, wir finden dafür schon mal Platz. Ähm, mein Absoluter Platz 1 und, und einer Gründer, wo man sagen kann, man kann auch Kalender zu Weihnachten verschenken, ist dieses wunderbare Stück. Das ist, ähm, ich weiß nicht von welcher Firma, das ist, äh, seltenmannpublishers.com. Ähm, der, The Art of Rock Covers Kalender, sehr schönes Teil, da sind 365 Rock-Platten-Cover drin, sogar mit, ich weiß nicht, was ich sehen kann, mit Spotify-Code. Genau. Ähm, finde ich sehr schön. So, ich habe die 1 noch nicht aufgemacht, wir müssen hier vorne mal das Ding so runterreißen hier. So, dann müssen wir die erste Seite noch runterreißen. Dann müssen wir die Seite noch runterreißen, wo erklärt wird, was das bedeutet und was man damit macht. Also, jeder, der nicht weiß, was ein Spotify-Code ist, das ist so ein Code, den kannst du mit Spotify-App abscannen, ähm, mit der Spotify-App abscannen und dann enjoy the music. Hier als ein Beispiel von, äh, ich glaube, die Platte heißt How It Will von einer unbekannten australischen Band. ACDC kennt keine Sau. Kennen niemand. Ähm, und es beginnt gleich mal mit zwei Seiten, ähm, ein kurzes Zitat von Jack White. Vinyl is the real deal, wer sich's durchlesen will, ähm, ist nicht so meins. Und dann eine ewig und eine komplette Seite mit, ähm, eine komplette Seite mit irgendeiner anderen Seite, warum Platten wichtig sind, aber kommen wir jetzt zum ersten, zum ersten wichtigsten, kommen wir jetzt zur ersten, ähm, zum ersten Platten-Cover. Bist du bereit? Ja. Ich präsentiere dir. Ja, damit. Rock. Rock, ähm, Various Artists, Rockbuster, CBS Records 1970, Arthur Bass Associated und, äh, es ist schon mal eine Platte mit Bob Dylan, äh, was kennt man davon, Bob Dylan, Soft Machine, The Birds, Miles Davis, Blood, Sweat & Tears, wo wären wir, wo wir wieder bei, do you remember the 21st Night of September wären, das waren die nämlich, und, äh, es ist aus irgendwelchen Gründen ein anderer Schwarzenegger drauf, ein klassisches Rockcover der 70er Jahre, äh, auch aus Sparkassen, auch aus Sparkassenrock bekannt, weil die Sparkasse teilweise früher als Werbegeschenke solche, ähm, solche Platten veröffentlicht hat, das ist wirklich, ich hab da auch ein, zwei, die sind ehrlich gesagt immer ziemlich kugelig, weil die waren scheiße billig, und die konntest du scheinbar auf, äh, auf, auf, ähm, auf Partys immer schön auflegen, ähm, ist jetzt leider Gottes kein Spotify-Code drauf, ich kann's auch verstehen, weil sowas, äh, würde sich wahrscheinlich heutzutage keiner mehr anhören, weil die Mischung, ähm, das, äh, bin ich ehrlich, ähm, Bob Dylan, Soft Machine und The Birds, also Bob Dylan als Rock zu bezeichnen, ist schon ein bisschen heavy, aber gut, der hängt hier da hinten jetzt auch, wir werden jetzt bei jedem, ähm, wir werden jetzt bei jedem, ähm, Stream mal so ein bisschen gucken, was so derzeit Sache oder Phase ist, fängt mal wieder hin, okay, äh, hier ist es, ja, genau, gut, wir wissen, äh, Arnold Schwarzenegger ist, also Arnold Schwarzenegger ist also unser Artist der Woche, würde ich jetzt mal sagen, und, ähm, eindeutig, so, und wir können jetzt auch sagen, und, und wenn man den Namen drüber liest, dann, äh, auch Dwayne The Rock Johnson, äh, Dwayne The Rock Johnson, ja, genau, also sprich, wir haben, äh, etwa in dieser Favoriten, wir haben auf Platz 1 den Rockcovers-Kalender und auf Platz 2 den Ugly Medieval Cats-Kalender, äh, Platz 3 und 4 gehen abgeschlagen, weit abgeschlagen an den Kim Jong-Un-Kalender und den Roaring Twenties-Kalender, äh, nächster gibt's dann von uns Kalender zu kaufen, ähm, das machen wir dann noch, aber die, weil wir es können, weil wir es können, ja, weil ich unglaublich gut designen kann, also das wäre jetzt mal Kalender, jetzt habe ich aber noch ein ganz besonderes, ein ganz besonderes, aber bevor wir das machen, ich, ähm, ich müsste mal kurz googeln, weil ich habe da die Rechnung nicht mehr, wie viel denn der Rockcovers-Kalender kostet, das ist visisch, das, das, das wisst ihr alle, das versteht ihr alle, ähm, ich muss kurz, ähm, Rockcovers-Kalender, klatscht du gerade? Nee, ich habe gerade nur ein Smiley hochgehalten. Äh, der Rockcovers-Kalender ist ein bisschen teuer, muss ich sagen, ähm, kostet um die 24, 25 Euro mit ein bisschen Versand, also, aber bin ich ehrlich, ähm, lohnt sich für mich, ja, also, bei Amazon, ähm, kriegt man ihn, ja, 9.2032 ohne Versandkosten, finde ich, finde ich aber super, gibt es aber auch verschiedene, es gibt zum Beispiel auch die Art of Soundtrack Covers, ähm, dann gibt es, äh, Art of Metal Covers, Abreißkalender, also gibt es viele verschiedene, um die 25 Euro, plus, minus ein paar Zergletschke, äh, Punk Covers, ähm, genau, kann ich echt jedem nur empfehlen, ist, äh, viel mit dabei, genau, und jetzt habe ich noch ein ganz besonderes Gericht, wollte ich schon was sagen, was ganz Besonderes für euch, wenn ihr ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk verschenken wollt, verschenken wollt, was euch, wir wollen es verstecken, weil ihr verstecken wollt, was euch und euren Liebsten auch ein bisschen gut, äh, auf den Gaumen geht, beziehungsweise, ähm, wenn ihr etwas verschenken wollt, was einfach auch ein bisschen witzig ist, habe ich etwas ganz besonderes für euch und das ist wirklich mein Scherzgeschenk des Jahrtausends, eignet sich auch sehr gut zum Schrottwichteln, ich präsentiere Horst Kessels Nazi Goreng, Nazi Goreng, 33 Uhr deutsche Rezepte ganz ohne Fremdobst, Exotik und Geschmack, ist ein Spiegelbestseller, inklusive dem Basisrezept der braunen Soße, ähm, wunderbar, ähm, ich, ich finde auch hinten schön, also natürlich es ist, es ist billigster Elternhumor, ich finde, ich werde zum Preis nachher noch was sagen, aber, ähm, ich finde auch, äh, hinten die Beschreibung sehr schön, mein Mampf, vor ihnen liegt das neue Standardwerk deutscher Kochkunst von Obersalzstangen und vegetarische Kartoffelsuppe und leckeres Apfel-Mussolini, bis hin zum Punschversuch, der Punschversuch, was ist denn das für eine Scheiße, bis hin zum Punschversuch, ist alles dabei, was das Reichsbürgerherz begehrt, selbstverständlich sind alle Rezepte, der Punschversuch gegen die Polen deiner Haut, genau, selbst mit polnischer Einlage, selbstverständlich sind alle Rezepte Idioten sicher, wertvolle Küchentipps, immer von rechts an reichen und Futterkreuze zum Ausmalen runden diesen Meisterwerk ab, garantiert frei von Zusatzstoffen, political correctness und Geschmack, wo, was wieder mal meine These belegen würde, dass ich der Ansicht bin, dass jeder, der einfach nur irgendwie ein Buch schreibt, sofort auf die Spiegel-Bestseller-Liste kommt. Anscheinend, ja. Das ist selbe wie mit dem New York Times Bestseller. New York Times Bestseller, ja. Wobei, ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen, aber das ist natürlich der internationale Markt. Ich weiß aber, das ist selbe Geschichte irgendwie. Also es ist wirklich, was ich sehr, also ich würde gerne meinen ganzen Abend nur noch kochen. Ich finde es schön, gleich auf der Seite 9, das zweite Gericht ist der Hitlergruß aus der Küche. Ähm, das ist eine Scheibe österreichisches Graubrot mit deutscher Butter. Das ist, oh Gott, das ist geil, die deutsche Buchstabensuppe. Ähm, als allererstes die Buchstaben ausschütten und sortieren. Verwendet werden für diese Suppe nur die Buchstaben N, S, D, A und B. Ich mach halt gleich N, A, Z, I. Die können alle anderen in den Müll werfen oder Migranten schenken. Die können damit dann ordentliches Deutsch lernen. Gemüsebrühen, das Wasser geben und beides gemeinsam aufkochen. Anschließend die Buchstaben hinzugeben und so lange kochen lassen, bis die Nudeln ungefähr so weich sind, wie das Hirn eines Reichsbürgers. Da aber gelegentlich rechts herum umrühren. Oh Gott. Ach, das scheiße. Es gibt die Speerrips. Blut- und Bodenwurst mit Kartoffelbrei. Oh, das finde ich schön. Wie viele davon sind mit Kartoffeln? Ich hab keine Ahnung. Alle? Hier schon wieder. Vier deutsche Kartoffeln, vier deutsche Gerotten. Das finde ich sehr schön. Der Linseneinmarsch. Oh Gott, ich wünsch mir, ich könnte das Bild gespielen. Komm mal, voll in den Namen. Ist das geil? Oh Gott, ist das geil. Oh mei, oh mei, mei. Evas Brownies. Cottbusser Schlagbaumkuchen. Waffel SS. Oh Gott, was ist denn das? Kalter Schäferhund. Ja, also. Ganz verrückt. Und das ist schon ein Ausblick aufs nächste Buch. Das ist dann der Marmorkuchen-Mauerbau. Ah. Ja, also ist es auch sehr schön. Also, ähm, gut. Kann man jetzt lange, ähm, kann man sich jetzt lang überlegen. Hier sind auch noch drei, ähm, hier sind auch noch drei Löffel, wie haben sie es geschrieben? Drei Futterkreuze zum Ausfüllen, ja, äh, ausmalen. Ähm, dieses, dieses Ding, äh, passt sehr schön wieder in meine Sammlung skurriler Bücher. Und jetzt kommen wir zum Preis. Ja. Und du wirst es nicht glauben, dieses Buch, was, ähm, wenn ich es innerhalb von zwei Stunden, 59 Minuten bestelle, bis Mittwoch, dritter Januar bei mir erscheinen würde, kostet nur unglaubliche 8,88 Euro. Natürlich. Ich bin, ich bin begeistert, ich bin, ähm, ja, begeistert, so. Äh, hier gibt, wird ja auch noch angeboten, das ist übrigens auch billiger wie das kommunistische Kochbuch. Das muss man auch noch dazu sagen, so. Mhm, wie viel kostet das, bitte? Ähm, das kommunistische Kochbuch kostet 14,98 Euro. Vor allem, wenn ihr was 14,98 Euro war. Aber ich wäre für 19,18 Euro, wäre ich eher, äh, ja, ähm, also, da, 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 die erste Rezession super, gerne wieder gut geschriebenes Buch, wenn man, wenn man einen schwarzen Umur macht. Das ist auch typisch deutsch. Das ist so typisch deutsch, wie wenn Musik, äh, Musik im Hintergrund läuft, dass voll geklatscht werden muss. Das ist auch so typisch deutsch. Also, ja, Leute, wir haben euch jetzt hier dann für euch fünf glorreiche Geschenktipps fürs nächste Jahr, wenn euch nichts Besseres einfällt. Also, ein schöner Geschenktipp und vier schöne Kalender. Also, zwei schöne Kalender, zwei Dinge, die unter aller Sau sind. Wir werden sie nicht zurückschicken, weil ich sag mal so, äh, wie reingefallen, so. Papier ist Papier. Papier ist Papier. Kann man auch. Kann man da mit an Orschaus putzen, ähm, ja, also, aber ich sag mal so, Freunde. Ruhpapier kann man immer brauchen. Ruhpapier kannst du immer brauchen. Ansonsten ist alles gestrichen. Und wir können euch auch wirklich empfehlen, geht gerne mal hin und macht euch selbst Kalender. Können wir auch nur empfehlen, ist auch sehr schön. Machen wir nächstes Jahr für euch. Also Freunde, das war es jetzt erstmal mit unserer kleinen Kalender-Vorschau, wollte ich schon fast sagen. Kalender-Hall. Kalender-Hall, genau. Für alle anderen im Stream, bleibt dran. Für euch da draußen. Schreibt uns gerne in den Kommentaren, welchen Kalender oder welche Sachen wir denn immer für euch auschecken sollen. Bis dahin, lasst einen Kommentar da, lasst einen Like, da würden wir uns sehr freuen. Wir sind raus. Friends, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked und halt das Ganze doch und vor allen Dingen folgt uns, macht das Plus-Fact, tut die Glocke und gebt eure Gd-Kartendaten zur Altersbestätigung ein und verpasst keine weiteren Folgen. Zune findet ihr über 100 weitere Folgen und Videos auf unterschiedlichsten Plattformen. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von uns plus regelmäßig zusätzlichen Content. Folgen ist und bleibt kostenlos. Zudem liken wir und beantworten wir jeden Kommentar und euch alle Fragen, die euch interessieren. Vielen Dank und stay fresh. Bye.